Unter denselben Umständen, würden Sie noch einmal dasselbe tun? Ob ich noch einmal dasselbe tun würde, wenn was? Es sind dieselben Umstände. Sagen wir, dass sie jetzt noch nicht geschehen. Es sind exakt dieselben Umstände. Würden Sie noch einmal erschießen? Also, Curtis? Wahrscheinlich nicht, nein. Warum nicht? Ich, ich weiß es nicht. Ich lüge euch an. Ja, wahrscheinlich würde ich es tun. Daran habe ich keine großen Zweifel. Wenn ich jemanden sehe, der mit einer Waffe auf mich zielt oder sich so aufführt, das würde er damit etwas anstellen, Bro. Wenn ich dann an die Waffe komme, ist das sein Fehler, denn er hätte sie zuerst benutzen sollen. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe, Mann. Also, nein, ich würde nichts anderes machen. Und wenn es irgendwann noch einmal geschehen sollte, würde ich hoffen, dass sie mich zuerst erschießen, anstatt mich an ihre Waffe kommen zu lassen. Hallo Leute und herzlich willkommen hier bei True Crime Täter überführt. Danke fürs Reinklicken. Unser heutiger Fall führt uns nach Fort Worth, eine Stadt, die direkt an die weltbekannte US-Metropole Dallas grenzt. Denn genau dort wurde soeben Dominic Davies, ein 23-jähriger junger Mann, vor seinem Haus festgenommen. Die Anschuldigung? Er soll Curtis Sims Jr., ebenfalls 23 Jahre alt, auf offener Straße brutal hingerichtet haben. Und zwar mit zwei gezielten Schüssen in den Kopf. Doch bevor wir gleich tiefer in diesen neuen Fall eintauchen, möchte ich die Gelegenheit ganz kurz nutzen, um euch zu danken. Denn vor nicht allzu langer Zeit hat unser kleiner Kanal hier die 20k-Abo-Schallmauer durchbrochen. Also, danke für eure Treue und euren Support und auch für die vielen netten, interessanten, lustigen, solidarischen, aber auch kritischen Kommentare, die ihr mir in den vergangenen 13 Monaten hinterlassen habt. Aber ich möchte mich nicht nur mit einigen warmen Worten bei euch bedanken, sondern ich möchte euch tatsächlich etwas zurückgeben, weshalb es heute auch eine Kleinigkeit zu gewinnen geben wird. Und was, werdet ihr euch jetzt fragen? Naja, kennt ihr zufällig, Surfshark? Surfshark ist ein VPN, also ein virtuelles, privates Netzwerk, das eure Privatsphäre schützt, indem es alles maskiert, was ihr im Internet macht. In Zeiten, in denen Daten, das neue Gold sind, bereits ein mehr als guter Grund, Surfshark zu nutzen. Es gibt aber auch noch einige weitere. Einer davon? Naja, immer mehr und mehr Länder schränken Online-Inhalte aller Art immer stärker ein. Und so kommt es auch im Zuge meiner Recherchen für diesen Kanal nicht selten vor, dass folgendes passiert. Ich stoße auf etwas Interessantes aus den USA und erhoffe mir davon einen tieferen Einblick in die jeweilige Thematik zu gewinnen. Doch dann plötzlich? Die einfache Lösung? Surfshark VPN. Denn mit einigen wenigen Klicks kann ich meinen aktuellen Standort von Zentraleuropa in die USA verschieben und zack, schon habe ich direkten Zugriff zu allen Informationen, die ich fürs nächste Video benötige. In diesem speziellen Fall etwa auf die offizielle Seite des Supreme Courts von Idaho. Aber auch viele weitere Inhalte, die geblockt werden, kann man auf diese Weise ganz einfach und unkompliziert abrufen. Und zwar auf Endgeräten aller Art. So empfinde ich als True Crimer und Motorsport-Fan es zum Beispiel auch als ein echtes Verbrechen, dass die Formel 1 in Deutschland nicht mehr vollständig im Free-TV übertragen wird. Die einfache Lösung auch hier? Surfshark. Und das Beste? Es gibt nicht nur eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sondern das Ganze ist auch noch unverschämt günstig. Erhältlich ist dieser mehrfach ausgezeichnete VPN-Dienst nämlich bereits ab rund 2,50 Euro im Monat. Und mit dem Code TCTU, den ihr auch in der Beschreibung unter dem Video findet, bekommt ihr obendrein auch noch 3 Monate gratis dazu. Achso, und noch etwas. Ihr könnt diesen Account mit eurer Familie bzw. euren Freunden teilen und die Kosten pro Kopf so noch einmal rapide senken. Also, nichts wie los, dem Link in der Videobeschreibung folgen, Angebote abchecken, Code eingeben und rein in ein sorgenfreies und unengeschränktes digitales Leben. Und zwar für den Preis eines, ja was eigentlich, eines Kaugummis vielleicht? Aber 3 von euch brauchen noch nicht einmal das zu bezahlen. Denn Surfshark war so frei und hat mir 3, 3-Monats-Gratis-Mitgliedschaften zum Verlosen bereitgestellt. Was ihr dafür tun müsst? Einfach nur unter diesem Video einen kurzen Kommentar hinterlassen, in dem ihr den Begriff True Crime einstreut. Ich wähle dann per Zufallsprinzip 3 davon aus und ermittle so die glücklichen Gewinnerinnen. Am Gewinnspiel teilnehmen könnt ihr übrigens bis zum 10.05.2024 um 10.05 Uhr. Alle Kommentare, die danach einlangen, können leider nicht mehr berücksichtigt werden. Alle weiteren Teilnahmebedingungen findet ihr aber in der Videobeschreibung. Die Gewinnerinnen erhalten dann von mir eine Antwort auf ihr Kommentar, in dem die weitere Vorgehensweise erklärt wird. Denn natürlich muss sichergestellt werden, dass auch die richtigen Personen ihren Preis erhalten. In diesem Sinne viel Glück beim Gewinnspiel bzw. viel Spaß mit Surfshark und rein in den heutigen Fall. Nachdem Dominik festgenommen worden war, erzählte er den Ermittlern, dass er aus reiner Selbstverteidigung gehandelt hätte. Der Mann soll ihn mit einer Waffe bedroht haben, woraufhin Dominik sie in kurzer Hand abnahm und damit auf den Angreifer feuerte. Was Dominik allerdings nicht wusste war, dass es ein Video des ganzen Vorfalls gab, das der Polizei mittlerweile auch bereits vorlag. Darauf ist zu sehen, wie der Mann in seinem Auto ankommt und aussteigt, wobei es sich wie gesagt um Curtis Sims Jr. handelt. Einen Nebenbuhler von Davis, der mit Davies Ex-Freundin liiert war. Er geht auf Davis zu, beide nehmen eine Kampfhaltung ein und beginnen damit aufeinander einzuschlagen. Curtis gewinnt irgendwann die Oberhand über Dominik, als der plötzlich eine Waffe zieht und Curtis mehrfach in den Bauch schießt. Nachdem der zu Boden gegangen war, geht Dominik zu ihm und feuert zwei weitere Schüsse ab, mit denen er Curtis endgültig eiskalt das Leben nahm. Doch wie gesagt, weiß Dominik nichts von dem Video und so geht er in den Verhörraum und glaubt, sich mit seiner Selbstverteidigungsgeschichte schon irgendwie aus der ganzen Sache herausreden zu können. Hey Dominik. Ich bin Detective Sullivan, Mann. Wir hatten heute da draußen noch keine Gelegenheit, uns kennenzulernen. Aber ich bin der Detective, der diese ganze Ermittlung leiten wird, okay? Zuallererst müssen wir aber erst einige Kleinigkeiten klären. Mal schauen. Heute ist der 8. Januar 2022. Die Uhrzeit circa 17.08 Uhr. Wir befinden uns im Interviewraum für Mordermittlungen. Ich bin Detective Sullivan, das ist Detective Anderson, mein Partner. Dominik, wie lautet Ihr Nachname? Davies. Ihr Vorname? Dominik. Wie schreibt man das? D-O-M-I-N-I-Q-U-E. Einen zweiten Vornamen, Dominik? Amari. A-M-A-R-I. Und Ihre Adresse, Dominik? Ich habe gerade keine richtige App-Leiwe. Okay, also mal hier, mal dort. Ja, Sir. Sitzen Sie Ihren Telefon? Nein, Sir. Na ja, ja, aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Haben Sie eine Telefonnummer oder so für mich? Verbinden Sie es manchmal mit einem WLAN-Netz oder so? Ich meine, na ja, um auf Social Media zu gehen. Okay, also nur für so ein Zeug. Ähm. Okay, also wissen Sie, um was es hier geht? Nein? Also, Sie stehen unter Arrest und werden wegen Mordes angeklagt? Mhm. Ich verstehe, dass Sie wohl ein Statement gegenüber dem Officer abgegeben haben, der zuerst vor Ort war, demzufolge Sie die Waffe irgendjemandem abgenommen haben oder so etwas. Ich weiß es aber nicht. Das ist, worüber ich hier mit Ihnen sprechen möchte. Aber basierend auf meinen bisherigen Ermittlungen glaube ich, dass Sie verantwortlich für einen Mord sind, okay? Mhm. Falls Sie vielleicht Selbstverteidigung gelten machen wollen, würde ich gerne von Ihnen davon hören und so weiter, aber das liegt an Ihnen. Da Sie wegen Mordes verhaftet werden, muss ich Ihnen nun Ihre Rechte vorlesen, okay? Mhm. Sie haben das Recht zu schweigen und keinerlei Aussage zu machen. Doch alles, was Sie sagen kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Verstehen Sie das? Alles, was Sie sagen, kann vor Gericht als Beweis gegen Sie verwendet werden. Verstehen Sie das? Mhm. Sie haben das Recht auf einen Anwalt, der Sie vor und während der Befragung berät. Verstehen Sie das? Falls Sie sich keinen Anwalt leisten können, haben Sie das Recht darauf, dass Ihnen einer gestellt wird, um Sie vor und während Ihrer Befragung zu beraten. Verstehen Sie das? Und zu guter Letzt, Sie haben das Recht, diesem Interview jederzeit ein Ende zu setzen. Verstehen Sie das, was das bedeutet? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Es ist so, Sie können jederzeit sagen, hey Detektives, time out, ich möchte nicht mehr mit euch sprechen. Wir sind keine alle, Herr, wir werden Sie nicht beschimpfen, wir spielen auch nicht guter oder böser Körper oder so etwas. Mhm. Mit diesen Rechten im Hinterkopf, möchten Sie mit uns sprechen? Ich sage nur so viel, also, ich ging da so lang. Einen Moment, möchten Sie hier und heute mit uns sprechen? Ja, ich werde mit euch sprechen, aber ich werde nicht viel sagen. Okay, das ist Ihnen überlassen, solange Sie sagen, dass wir sprechen können, können wir das. Ich sage nur, ich habe mich lediglich selbst verteidigt. Ein Auto blieb stehen, jemand stieg aus und versuchte mit mir zu kämpfen. Er zeigte mir seine Waffe und als er sie auf mich richtete, bin ich näher an das Auto ran, denn sonst hätte er mich einfach getötet im Grunde genommen. Kann ich eine Frage stellen? Ja. Kannten Sie die Person? Ja, ich kenne die Person. Wer ist das? Es war ein Freund. Okay, und wie gut wart ihr miteinander befreundet? Wirklich gut. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Einfach zerstritten? Mhm. Seid ihr gemeinsam aufgewachsen und all das? Ja. Okay. Glauben Sie, dass es meistens gute Gründe gibt für die Dinge, die Menschen so tun? Ich glaube, es ist so. Sie sind nicht einfach so, wegen nichts und wieder nichts auf ihn los. Ich bin gar nicht auf ihn los. Das ist ja schon mal was. Das könnte einen Unterschied machen. Okay. Nachdem das gesagt ist, erzählen Sie mir von der Waffe. Das ist in diesem Fall wirklich wichtig. Ich meine... Gehört diese Waffe Ihnen? Nein. Keinen Zweifel, sie gehört nicht Ihnen? Nein, sie gehört mir nicht. Okay. Wem gehört die Waffe? Auf der Person, die tot ist. Wer ist das? Die Person, die tot ist. Curtis? Ja. Woher wissen Sie, dass er tot ist? Und hat es mir gesagt? Ja, okay. Also, woher hatten Sie die Waffe? Aus dem Inneren seines Autos. Aus seinem Auto? Mhm. Können Sie mir das erklären? Er schlug auf mich ein, dachte, dass ich verletzt sei. Aha. Weil ich so machte. Wo waren Sie? Waren Sie im Auto, als Sie gekämpft haben? Nein, nein, ich war außerhalb des Wagens und er stieg aus dem Auto aus. Okay. So war's. Also, woher kam die Waffe? Sie griffen durchs Fenster? Ja, ich habe durchs Fenster gegriffen. Es war unten. In Ordnung, Mann. Es tut mir leid. Es ist in Ordnung, ich verstehe das, Mann. Ich verstehe, das ist keine Kleinigkeit, Mann. Ich verstehe, dass das für Sie keine Kleinigkeit ist, Mann. Wissen Sie, wir können, aber versuchen wir doch so ruhig wie möglich zu bleiben. Denn ich versuche gerade nur, Informationen zu sammeln. Denn Sie wissen ja, das hier wird aufgezeichnet. Das ist kein Geheimnis. Und ich möchte einfach, dass alle auch Ihre Seite der Geschichte kennen. Um es kurz zu machen, er stieg aus seinem Auto und versuchte gegen mich zu kämpfen. Aha. Ich denke, er dachte, dass ich verletzt bin oder so etwas. Mhm. Denn als er anfing, drängte er mich in Richtung seines Wagens. Ja, es sieht so aus, als wäre ihr auch verletzt. Wir haben geschlagen, wir haben miteinander gekämpft. Okay, naja, von all dem Zeug werde ich dann ein paar Bilder machen. Wo im Auto war die Waffe? Im Getränkehalter. Dem Getränkehalter? Sie lag einfach so im Getränkehalter. Also haben Sie von der Fahrer- oder der Beifahrerseite hin reingegript? Der Beifahrerseite. Es war ein Zweitürer. Okay, ein Zweitürer. Und Sie haben die Türe nicht geöffnet? Sie haben einfach nur reingegriffen? Okay. Und was geschah dann? Ich habe auf ihn geschossen. Wie oft? Ich weiß nicht, zweimal. Was geschah, nachdem Sie auf ihn geschossen hatten? Ich rief, ich sagte zu den Leuten, dass sie die Polizei rufen sollen. Okay, als Sie auf ihn geschossen haben, wie weit war er da weg? Er war nicht weit weg. Schlug er immer noch auf Sie ein? Was passierte? Nein, sobald ich ihn zum ersten Mal getroffen hatte, ging er zu Boden. Haben Sie weiter auf ihn geschossen, als er am Boden lag, oder? Nichts? Nein. Okay. Ähm. Äh. Okay. Hat er vielleicht irgendetwas zu Ihnen gesagt, zu etwas wie, ich werde dich töten, oder sonst irgendwas? Ich habe nicht wirklich hingehört. Hatten Sie so eine Art Tunnelblick oder so etwas? Das kann vorkommen, habe ich gehört. Also, damit ich das weiß, äh, diese Waffe gehört nicht Ihnen. Sie hatten diese Waffe noch nie zuvor in der Hand, außer als Sie sie aus dem Getränkehalter genommen haben. Mhm. Ist das korrekt? Okay. Hätten Sie ein Problem damit, wenn ich eine DNA-Probe nehme, damit ich das überprüfen kann? Nur zu? Okay. Ähm. Dazu müssten Sie das hier eben ausfüllen, aber davor müssten Sie das hier noch lesen. Also wandere ich ins Gefängnis? Ja, Sie wandern ins Gefängnis. Okay. Aber es ist so, nur weil Sie heute ins Gefängnis wandern, bedeutet das nicht, dass der Fall abgeschlossen ist. Mhm. Okay. Denn die Menschen interessieren sich nun mal für solche Fälle und ich muss dann später da raus und, äh, ich verstehe, dass es da vielleicht eine Videoaufzählung von diesem Kampf gibt. Wenn all das für Ihre Geschichte von diesem Kampf spricht, ist das in weiterer Folge gut für Sie, Mann. Ihre Kooperation spricht für Sie. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Ich war nicht da draußen. Sie waren da draußen. Was ich tun werde, ist, ich werde Ihre Verletzungen dokumentieren. Wissen Sie, was ich meine? Ihr habt miteinander gekämpft und ich weiß nicht, wer die Oberhand hatte, wer wen überwältigt hat oder was weiß ich. Wir sind immer noch dabei, die Zeugen zu vernehmen und so weiter. All diese Informationen, die ich sammle, wissen Sie, dienen dazu, die Ermittlungen in diesem Fall lückenlos abzuschließen. Dominik. Und wenn das nicht Ihre Waffe ist, denn heutzutage ist das mit der DNA schon so weit, dass wir genau sagen können. Also ich weiß, dass Sie diese Flasche schon angefasst haben, aber wenn ich sie nun auch anfasse, können Sie uns genau sagen, wer sie zuerst angefasst hat. Wissen Sie, was ich meine? Seine DNA sollte also überall auf der Waffe sein und das würde zu Ihrer Version passen, dass Sie die Waffe aus seinem Auto hatten, richtig? Also... Ach, das ist das Falsche. Wir spulen ganz kurz vor. Nachdem der Detective das richtige Formular gefunden hat, erklärt er Dominik nämlich nur, den weiteren Verlauf. Wobei es sich im Grunde lediglich um eine Menge Bürokratie handelt, die entsprechend abgearbeitet werden muss, wenn man von jemandem eine DNA-Probe nehmen möchte. Also nichts besonders Spannendes. Würden Sie bitte den Mund für mich eröffnen? In Ordnung. Tatsächlich sieht es so aus, als wäre da drin etwas Blut oder so. Das fülle ich später aus. Äh, ich verstehe. Also da waren ein paar Leute, die da draußen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, dass es bei diesem Kampf wohl um ein Mädchen ging. Ist das korrekt? Möchten Sie es nicht erzählen, oder? Ich weiß nichts davon. Genauer gesagt geht es um ein Mädchen namens... Ciara Reddick. Möchten. Davon wissen Sie nichts? Möchten. Also warum sollte Curtis heute vorbeikommen und versuchen mit Ihnen zu kämpfen? Das weiß ich nicht. Haben Sie vielleicht kürzlich per Telefon mit ihm kommuniziert, ihm geschrieben, ihn bedroht, irgend so etwas? Möchten. Nichts dergleichen auf Ihrem Telefon? Hätten Sie vielleicht ein Problem damit, wenn wir uns die Daten runterladen, beziehungsweise die Spurensicherung das tut, um das entsprechend zu prüfen, auch Ihnen zuliebe? Also Himmermann. Nein, das hängt von Ihnen ab. Nein. Sie wollen das nicht? Möchten. Okay, denn ich würde sagen, wenn mir jemand erzählt hätte, dass es da vielleicht eine Unterhaltung gab, in der Sie ihn bedroht haben, gesagt haben, dass Sie ihn erschießen wären, und ich denke, wenn diese Nachrichten nicht auf Ihrem Telefon sind, wäre das wichtig. Aber wenn Sie sich auf Ihrem Telefon befinden, verstehe ich auch, warum Sie das nicht wollen. Sie wollen nicht, dass Sie das tun? Möchten. Okay. Weil ich werde es mal so sagen, die ganze Sache wurde auf Band aufgenommen, Mann, auf Video. Ich hoffe, dass Sie das wissen, denn Sie haben nicht in sein Auto gelangt. Doch, das habe ich. Nein. Es war durchs Fenster, was meinen Sie damit, ich habe das nicht? Das ist nicht... Okay, so oder so... Wenn ich Ihnen das Video zeige... Ja, zeigen Sie mir das Video, Bro, dann kann ich Ihnen zeigen, wo Sie war, denn jetzt gerade versuchen Sie zu sagen, dass ich lüge, Bro. Also holt sofort das Video her und zeigt mir diese Aufzählung. Okay, ich sage es so, ich glaube Ihnen mal, dass Sie in das Auto gefasst haben. Das nehme ich meist so hin, aber warum haben Sie auf ihn geschossen, als er am Boden war? Deshalb, wovon sprechen Sie? Denn Sie sagten, dass Sie dann nicht mehr auf ihn geschossen haben. Wie häufig hatte er Sie schon geschlagen, als Sie in das Auto gefasst haben? Ich weiß es nicht. Ist das für Sie nicht wichtig, Dominik? Es ist wichtig für mich, aber naja, worum geht es hier? Ich meine, was... Ich meine, dieser Kerl ist tot. Naja, ich sage es so, wenn Sie eine Entscheidung treffen müssten, was mit Ihnen passiert, wäre es für Sie von Bedeutung, dass die Person Reue zeigt, oder wäre Ihnen das egal? Naja, ich meine... Und wäre es von Bedeutung, dass sie die Wahrheit zeigt? Ich sage euch die Wahrheit. Naja, soweit ich es auf dem Video gesehen habe, sieht es gar nicht gut für Sie aus, denn Sie sind darüber und haben ihn exekutiert, während er auf dem Boden lag. Naja, nein. Was ich meine ist, möchten Sie vielleicht irgendetwas dazu sagen, denn jemand wird eine Entscheidung treffen. Ich treffe nicht die Entscheidung, was mit Ihnen passiert, ist es nicht. Ich sammle nur die Fakten und gebe sie entsprechend weiter. Richter und Jury tun das. Naja, Sie treffen die Entscheidungen. Ich glaube, wenn ich etwas Falsches getan hätte, es gibt keinen Zweifel, dass Sie den Abzug betätigt haben. Diesbezüglich gibt es überhaupt keine Zweifel, okay? Das weiß ich zu 100%. Mhm, Sie haben es ja sogar zugegeben. Ich habe... Ja, bitte. Woher hatte ich die Waffe? Das weiß ich nicht. Ich denke, sie kam aus Ihrem Hosenbund. Während ich in dieser Position war, richtig? Das weiß ich nicht. So sah es für mich aus, aber was das betrifft, ist es so, wir werden uns die Zeit nehmen, das Ganze Bild für Bild durchzusehen. Wir befinden uns noch ganz am Anfang, aber soweit ich es gesehen habe, konnte ich nie sehen, wie Sie in das Fenster gefasst haben, oder dass Sie auch nur die Gelegenheit dazu gehabt hätten, wissen Sie? Das ist, was ich gesehen habe. Also denken Sie daran, wenn wir das ganze Video bekommen und entsprechend analysieren und all das dann Bild für Bild durchgehen, dann werden wir es soweit verlangsamen, dass uns nichts entgeht. Wir werden uns genau ansehen, wie oft jeder geschlagen wurde. Im Moment weiß ich das noch nicht, aber was ich meine ist, gibt es da vielleicht irgendeinen Grund? Denn die Gründe spielen hier wirklich eine Rolle, Mann. Es sieht so aus, als ist es... Naja, warum ist der überhaupt bei Ihnen vorbeigekommen? Ich weiß nicht, warum Sie denken, dass das nicht wichtig ist. Aber das liegt ganz an Ihnen. Ich bin nicht sauer, wenn Sie, naja, mir die Gründe nicht nennen wollen. Aber ich weiß, dass irgendjemand entscheiden wird, was weiter geschieht. Und der sollte die Gründe kennen. Sie sind kein böser Kerl, Dominik. Ich glaube, dass da heute einfach etwas komplett schiefgelaufen ist, Mann. Und ich glaube nicht, dass Sie ein Killer sind. Ich weiß nicht, Mann. Es hängt von dir ab. Ich werde Sie nicht niederschlagen oder Ihre Zeit verschwenden oder sonst irgendetwas. Aber ich denke, es ist wichtig, dass Sie uns die Hintergründe dieser Geschichte erzählen. Was hier los ist. Warum er überhaupt vorbeikam. Woher wusste er überhaupt, dass Sie sich beim Apartment befinden. Woher kommt all das? Mhm. Haben Sie irgendwelche Fragen, Detective Anderson? Also, die Sache ist die. Wenn wir noch einmal zurückgehen. Sie werden geschlagen und währenddessen fassen Sie in den Wagen. Gehen wir mal davon aus, er schlägt Sie. Sie greifen nach der Waffe und in diesem Moment schießen Sie, korrekt? Ja. Und was geschieht dann? Was tut er, nachdem Sie den Schuss abgegeben haben? Äh, fällt er rückwärts zu Boden. Ich meine, zeig mir doch das Video, dann kann ich auch sehen, was... Naja, naja, naja. Ich frage deshalb, weil nur Sie uns Ihre Emotionen und Reaktionen zu dieser Zeit erklären können. Videos zeigen das eine, aber nicht alles. Mhm. Er geht zu Boden. Wäre das eine zutreffende Aussage? Mhm. Sie haben noch immer die Waffe. Erklären Sie mir, was als nächstes geschah. Warum Sie noch zweimal auf jemanden geschossen haben, während er auf dem Boden lag. Zu diesem Zeitpunkt. Welche Gefahr ging da von ihm aus? Naja, weil er eine Waffe in seiner Hand hatte, als er ankam. Zu dem Zeitpunkt, als er auf dem Boden lag, hatte er da noch eine Waffe in seiner Hand? Er stieg aus dem Auto. Wisst ihr jetzt, was ich meine? So etwas lasse ich mir nicht gefallen. Also, wenn du eine Waffe hast und so wirkst, als wärst du eine Bedrohung, Bro, dann werde ich dich auch bedrohen. Also, das ist jetzt wichtig. Sie sagen also, woher wussten Sie, dass er eine Waffe hat? Als ich, wenn ihr euch alle... Wisst ihr, was ich meine, Leute... In Ordnung, aber hört doch ganz kurz zu. Wenn wir das könnten, würde das unsere Frage mit Sicherheit beantworten. Er war im Auto, als er ankam. Er sprach aus dem Auto heraus mit mir. Ich stellte meine Sachen ab. Als ich die Sachen abgestellt hatte, blickte ich zurück und sah ihn außerhalb seines Autos. Okay. Also, als wir zu kämpfen begannen, kam ich näher an sein Auto ran, weil, naja, warum kämpfst du mit mir, wenn du vorher deine Waffe zeigst und so weiter? Wann zeigte er... Diesen Teil habe ich irgendwie verpasst. Also, er zeigte ihnen die Waffe, als er noch in seinem Auto sah. Er hatte sie gleich hier im Hosenbund. Als im Auto, während sie... Ja, er hatte sie in seinem Hosenbund. In seinem Hosenbund. Und er meinte so, aha, wuh, 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 wuh. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, denn es hat mich nicht wirklich gekümmert. Ich sehe, dass du eine Waffe hast, also bist du offensichtlich auf etwas aus. Okay, cool, Bro. Aber das kümmert mich überhaupt nicht. Es wurde schon so oft mit einer Waffe auf mich gezielt. Das kümmert mich nicht. Es geht nur darum, was du damit machst. Also, wenn er aus seinem Auto ausstieg, ohne seiner Waffe, dann ist das sein Fehler. Dass ich ihn mit seiner eigenen Waffe erschossen habe, weil er auf mich losgegangen ist. Ich dachte, sie hätten gesagt, dass er mit seiner Waffe aus dem Auto ausstieg. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Es tut mir leid, da bin ich wohl durcheinander gekommen. Ich sage nur, ich habe mich lediglich selbst verteidigt. Ein Auto blieb stehen, jemand stieg aus und versuchte, mit mir zu kämpfen. Er zeigte mir seine Waffe und als er sie auf mich richtete, bin ich näher an das Auto ran, denn sonst hätte er mich einfach getötet im Grunde genommen. Aber als er aus dem Auto ausstieg, war er bereit für einen Kampf. Ich denke schon. Ihr habt also gekämpft. Es ist ein fairer Kampf. Sie landen letzten Endes beim Auto und sie sagen, sie fassen das Auto, schnappen sich die Waffe und feuern einmal. Aber meine Frage an sie ist, während er auf dem Boden lag, bevor sie die anderen beiden Schüsse auf ihn abgefeuert haben, was haben sie da von ihm zu befürchten, dass sie diese beiden Schüsse noch abgeben müssen? Ich hätte es wohl nicht tun müssen, ich war nicht ängstlich, ich hatte keine Angst. Mussten Sie diese beiden Schüsse also nicht abfeuern? Nein, wahrscheinlich nicht. Wohin haben Sie ihm geschossen mit diesen beiden? Ich habe ihn in den Kopf geschossen. Der erste Schuss, wohin glauben Sie, ist der gegangen? In den Bauch, direkt in den... In den Bauch? Ja. Wenn Sie folgendes getan hätten. Sie schießen ihm in den Bauch, gehen weg, rufen die Polizei und melden, hey, dieser Kerl hat mich angegriffen. Glauben Sie, dass es dann eine Möglichkeit gäbe, dass er noch am Leben ist? Wahrscheinlich, ja. Aber mit diesen beiden anderen Schüssen, Sie sagten in den Kopf, da haben Sie ihm im Grunde das Leben genommen, an diesem Punkt, korrekt? Mhm. Trifft das zu? Ja. Warum hat... Also noch ein Problem, das ich ansprechen möchte. Warum haben... Es sieht in dem Video so aus, als hätten Sie irgendwie... Wissen Sie, dass Sie beide bereit für einen Kampf sind und dass Sie das wollen. Warum sind Sie nicht einfach abgehauen oder so etwas? Ich laufe vor überhaupt niemandem davon. Habt ihr Jungs zuvor auch schon einmal gekämpft? Oder... Noch nie? Nein. Okay, und ihr seid gemeinsam aufgewachsen und all das. Stimmt das mit diesen Medien? Habt ihr euch wegen ihr gestritten? Ich weiß nicht, ich bin nicht sicher. Was? Ich weiß es nicht, ich bin nicht sicher. Ich weiß es nicht, Bro. Da gab es keine Probleme, nein. Er hatte nie ein... Wissen Sie, wer Sierra ist? Ja. Es kommt mir vor, als wäre das ein bisschen ein heikles Thema für Sie, also lasse ich das mal sein. Ich weiß nicht, ich versuche halt einfach nur die Gründe zu verstehen, Mann. Äh... Also wissen Sie noch nicht einmal, welche Waffe genau Sie in der Hand hatten? Es war eine 9mm, Bro. Woher wissen Sie das? Weil ich meinen Freund kenne, Bro. Es war mein Freund. Es war mein Bruder. Er stand mir nahe. Naja, das ist genau, worauf ich ihn auswille. Wie lange es seit... Wann habt ihr euch zerstört? Im letzten Monat, direkt vor meinem Geburtstag, Mann, dem Geburtstag meiner Tochter. Und Sie wollen nicht sagen, warum? Nein, das werden dann schon die anderen sagen, wie auch immer. Also soll ich denen einfach glauben? Ich meine, naja, hört mal zu. Ich habe euch schon erzählt, was geschehen ist, aber ihr glaubt mir nicht. Ihr glaubt alle, ich hätte die Waffe in meinem Hosenbund gehabt. Dabei war diese Jacke zu. Also wie soll das gehen? Naja, wie ich schon sagte, dazu muss ich mir das wieder neu machen. Ja, ich weiß mal. Aber so viel kann ich sagen. Sie sagten, Sie hätten sie aus dem Auto, aus dem Getränkehalter, richtig? Mhm. Okay. Was denken Sie, sollte jetzt mit Ihnen passieren? Ihr werdet mich wohl in den Knast stecken. Naja, Sie sind wegen Mordes verhaftet. Ja, ja. Aber ich meine eigentlich letzten Endes, denn kommen Sie heute ins Gefängnis, können Sie morgen schon wieder raus, wenn Sie das Geld haben. Was sollte Ihrer Meinung nach passieren? Mhm. Ich weiß nicht genau. Ja, unter denselben Umständen, würden Sie noch einmal dasselbe tun? Ob ich noch einmal dasselbe tun würde, wenn was? Es sind dieselben Umstände. Sagen wir, dass sie jetzt noch nicht geschehen. Es sind exakt dieselben Umstände. Würden Sie noch einmal erschießen? Also, Curtis? Wahrscheinlich nicht, nein. Warum nicht? Ich, ich weiß es nicht. Ich lüge euch an. Ja, wahrscheinlich würde ich es tun. Daran habe ich keine großen Zweifel. Wenn ich jemanden sehe, der mit einer Waffe auf mich zielt oder sich so aufführt, das würde er damit etwas anstellen, Bro. Wenn ich dann an die Waffe komme, ist das sein Fehler, denn er hätte sie zuerst benutzen sollen. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe, Mann. Also, nein, ich würde nichts anderes machen. Und wenn es irgendwann noch einmal geschehen sollte, würde ich hoffen, dass sie mich zuerst erschießen, anstatt mich an ihre Waffe kommen zu lassen. Okay, okay. Hast du noch irgendwelche Fragen? Würden Sie die anderen beiden Schüsse auch noch einmal abfeuern, wenn Sie noch einmal die Wahl hätten? Nein. Oder würden Sie nur einmal schießen? Hä? Würden Sie einmal schießen und es dabei belassen oder würden Sie die anderen beiden Schüsse auch noch abfeuern? Ich weiß es nicht. Das war wahrscheinlich einfach das, was ich in diesem Moment gefühlt habe. Ich habe erst realisiert, was ich getan hatte, als es vorbei war. In der Hitze des Gefechts? Ja. In Ordnung. Also, das ist, was jetzt geschehen wird. Ich werde meine Jungs von der Spurensicherung kommen lassen, denn ich möchte ihre Verletzungen dokumentieren. Wissen Sie, was ich meine? Also, ich möchte dokumentieren, dass es da einen Kampf gab und so weiter und so fort. Ich beschlagnahme außerdem ihr Telefon. Ich werde mir einen Durchsuchungsbefehl ausstellen lassen. Es wird für den Fall relevant sein und deshalb möchte ich sicherstellen, dass es darauf keine Nachrichten oder so gibt. Und dann wandern Sie noch heute Nacht ins Gefängnis. Also, es wird eine Kaution festgelegt und all das. Äh, gibt es vielleicht noch irgendetwas, das Sie fragen wollen? Okay, Dominik, halten Sie durch, Mann. Sind Sie hungrig oder so etwas? Ich könnte Ihnen vielleicht ein paar Snacks oder so holen. Sie brauchen nichts? Äh, es kommt dann gleich ein Officer. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis er hier ist, aber das werden wir dann ja sehen. Okay. Kann ich jemanden anrufen? Nein, wir erlauben unglücklicherweise keine Anrufe. Da würden wir Ärger bekommen. Möchten Sie, dass wir für Sie jemanden anrufen? Und damit endet dieses Verhör. Da die Beweislast, die auf Davis lastete, mehr als erdrückend war, dauerte die anschließende Verhandlung nicht besonders lange. Denn Davis bekannte sich schnell schuldig und wurde schließlich zu 15 Jahren Haft verurteilt. Was in den Augen der Familie des Opfers natürlich viel zu wenig ist. Verständlicherweise. Denn sollte sich Davis in Haft ansonsten nichts mehr zu Schulden kommen lassen, wäre er mit 38 Jahren bereits wieder auf freiem Fuß. Er könnte also noch problemlos heiraten, Kinder bekommen, Großvater werden, sprich ein erfülltes Leben leben. Während er selbst, Kurtis Sims Junior, diese Möglichkeiten, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, genommen hat und so dessen gesamte Familie ins Unglück stürzte. Sein Vater, Kurtis Sims Senior, sagte dazu folgendes. Er war ein liebevoller Sohn, Bruder und Onkel. Er liebte seine Familie und seine Familie liebte ihn. Er hielt uns alle zusammen. Was für ein Fall. Einerseits ist das Motiv natürlich ein klassisches, also Eifersucht. Aber andererseits ist die Brutalität, mit der hier vorgegangen wurde, kaum zu fassen. Ich meine, wer war noch nie unglücklich verliebt? Wer hat noch nie einen Partner an jemand anderen verloren? Natürlich schmerzt das. Aber das ist doch noch lange kein Grund, ein Leben zu nehmen und so unzählige Menschen ins Unglück zu stürzen. Denn nicht nur die Familie des Opfers leidet unter dieser Tat. Nein, auch die des Täters. Stellt euch doch mal vor, euer Sohn, Bruder, Onkel oder was auch immer, richtet jemanden eiskalt auf der Straße hin. Glaubt ihr, dass das nicht auch auf euch zurückfällt? Naja, ich denke schon. Dir hat dieses Video gefallen und du möchtest noch mehr davon sehen? Dann unterstütze diesen Kanal gern mit einem Daumen nach oben und teile mir deine Gedanken zu diesem Fall in einem kurzen Kommentar mit. Das würde mich wirklich sehr freuen. Denn du weißt ja, der allmächtige YouTube-Algorithmus muss stets bei Laune gehalten werden. Achso, und wenn du ganz sicher gehen möchtest, dass du keines der wöchentlich erscheinenden Videos mehr verpasst, könntest du auch über ein Abo nachdenken. Es ist kostenlos und wenn ihr die Glocke aktiviert und auf alle einstellt, bekommt ihr immer sofort Bescheid, wenn hier bei True Crime Täter überführt ein neuer Fall erscheint. In diesem Sinne noch einmal danke fürs Reinklicken und nicht vergessen, immer schön sauber bleiben.